hofft ich schon gespielt habe und das spiel ist sehr es nimmt die nerven sag ich mal so es nimmt die nerven ich habe mir das vor kurzem eigentlich vor kurzem war vor einer woche mehr geholt und ja wie gesagt es nimmt die nerven ein ganz gewaltig ein und ja dann werden wir jetzt erstmal durchstarten nicht wundern ich habe die musik ausgemacht ihr könnt mit voten wenn ich spiele wenn das level vorbei ist könnt ihr mir was aussuchen link packe ich in chat rein und dann werden wir sehen wie weit ich überhaupt komme heute neuer stadt so na gut das ist das ok vernichte deine gegner mit einen einzigen schlag dann werden wir mal sehen so für die zuschauer unter euch kopiere ich schnell mal einen link und dann packe ich das mal rein und dann könnt ihr voten wie gesagt so ich fang an mal gucken wie es wird jetzt bin ich ein bisschen skeptisch um da jetzt zu gehen muss da aber eigentlich ton sehen da werde ich ja gleich sehen höh 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 ach stimmt ja da war ja was ton habe ich außerdem ausgemacht tschuldigung leute so laut ist auf deutsch alles gut erste waffe haben wir hier schon gut mp so wie gesagt das tor bisschen zu laut hier kann ich nicht mehr gut ich weiß nicht was hinter der tür kommt wie sowas ja sie haben ich muss hoffen öh ich kann einfach so ich kann ich kann ich kann ich kann Hat er hier drinnen? Super. Probier's jetzt erstmal so. Da ist die nächste Tür. Hier liegt ein Schwester rum. Nachladen. Nächste Tür rein. Alle erwischt? Nein. Oh, oh. Welle. Au, Schreiter. Scheiße, nachladen. Komm, 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 komm. Der Raum ist clean. Super. Für die Macht. Deine Kugeln sind jetzt durch. Abkräftet. Okay. Äh. Scheiße. So. Hier ist ein Schwester. Teleporter. Brauche ich nicht. Ich lauf lieber. So. Nehme ich nicht. Wenn ich das nehme, kriege ich irgendwas Schlimmes. Aber krieg bloß Punkte nochmal dazu. Dann gehen wir gleich in die nächste Tür rein. Nachladen. Wow. Böse. Und ja. Ach. Der raus. Was haben wir denn hier drin? Oh. Ist es gut. Ach. Vor dem Raum. Wie viel Leben haben wir denn jetzt? 500 haben wir. Was? Einmal nehme ich hier. Wow. Oh. Dich ha... Dich... Dich... Hast... Also... Ach. Dich hast also... Diese... Krankheit... Namens... Also... Aus... Erweich... Du... Siehst... Bereit... Ach. Du Scheiße. Nein, oder? What? What the fuck? Okay. Oh. Geht das auf die Augen? Ganz gewaltig. Ich komme da überhaupt... Alter, das ist ja alles ver... Zum nächsten... Oh. Sauber. Ist hier noch jemand? Ne, ich habe gecleant. Alter. Okay. Fuck. Ah, hole ich mir jetzt... Ja, okay. Ja, ich weiß... 20 Leben ist nicht gut. Ah, cool. Ne. Da geht lieber raus. Alter. Alter. Nachladen. Wenn nicht. Ja, was? Ne. Oh, Gott. Kommst du doch gar nicht klar hier. Was haben wir denn hier? Ah, mit Waffe geht es immer am besten. Gut. Hier liegt ein Schwetter. Was hast du hier? Munition. Mhm. Nussdings. Oh, du wirst nie, was hinter einer Tür versteckt ist. Wie hier jetzt gleich. Komm. What? Scheiß. So. Jetzt ist gecleant der Raum. Mache ich das oder mache ich das nicht? Wie? Oh. Alles verpixelt. Wenn man so eine Pixelkrankheit hat, das ist nicht gut. Ah, gut. Passt. So. Jetzt mit dem Pixelparty zu dem Boss gehen. Ach Gott, das würde ja lustig werden. Big Boss. Oh, jetzt wieder Grafik vernünftig. Oh. First Boss. Haha, das sollte einfach sein. Oh, ey. Oh, fuck. Habt ihr den Boss geschafft. Lehm. Lehm bleibt immer Lehm. Alter Vater, ey. Ne. Auch nicht. Raus und. Ich hab's geschafft. Boah. Du liebst Waffen. Und sie lieben dich. Du bekommst nach jedem Level zusätzlichen Punkt der Waffenkrette. Leider haben sie ja nicht gebootet. Ist ja nicht schlimm. Safee. Krasse Schüsse. Auf Droge. Aha. Super. Bis nächstes Mal. Super. 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 An gef час. Super. Super. ut Da habe ich einen reingemacht. Prost, Zorro, da, super, los geht's, weiter geht's. Boah, das wird ja bestimmt jetzt so eine schreckliche Partie werden. Und das ist jetzt so eine schreckliche Partie.